Der Minimonster hier ist ein echtes Kraftpaket in kompakter Bauform. 1390 Newtonmeter bei gerade mal 1,3 Kilogramm Gewicht. Das gerade mal 95 Millimeter lange Gehäuse ist aus hochfestem Aluminium gefertigt. Dadurch konnte das extrem geringe Gewicht erreicht werden. Der Handgriff ist kälteschutzisoliert und hier im unteren Bereich habe ich einen Anschluss für einen Schalldämpfer zur Geräuschreduzierung und bereits im Lieferumfang enthalten ist der Druckluftanschlussnittel. Die Umschaltung zwischen Rechts-Linkslauf erfolgt komfortabel per Einhandbedienung über den Durchsteckpin. Dieser Pin ist auch dazu da, die Leistung im Anzugsmoment zu reduzieren, indem ich ihn über Verdrehen in drei Stufen einstellen kann. Das Hochleistungsindustrie Jumbo Hammer Schlagwerk sowie der effiziente Luftmotor garantieren eine lange Lebensdauer. Um den Minimonster immer griffbereit zu haben, ist der Aufhängerhaken bereits im Lieferumfang enthalten.